2 Sekunden Ja, das war früher die alte Seilbahn. Die hab ich noch in Erinnerung. Das sind die Schneekanonenanlage. Ja. Und das ist der Weg nach oben. Auf dem Seebock. Nicht auf dem Feldberg. Auf dem Feldberg ist es einmal. Schabbeln verboten. Und du machst es. So, jetzt sind wir hängen. Es ist alles dein Foto. Ja. Das letzte Mal, wenn jemand hier hängt, war es für vier Stunden. Ja. 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 Es war ein Problem. Wenn jemand rauskommt. Oder kommt in zu früh. Ja. Dann werden wir alles verletzen. Alles verletzen. Ja. Ja, hier ist wirklich ein Woden hier drin, he? Ja, da haben wir da. No, ja. Ja, da haben wir da. Keine Angst, Cookie. Willst du descendre? Ja. Hier, du siehst. Ja. Ja. Du siehst, da ist der Ende. Du siehst. Und dann geht es auf der anderen Seite. Das ist sehr beeindruckend. Aber da musst du viel wandeln. Und es ist ziemlich schwierig. Oder musst du da in der Winter kommen. Skiing. Du siehst auch auf der anderen Seite. Du siehst hier, es ist nicht so hoch. Du siehst die Titisee. Das ist das Schwarzwaldgebirge. Oder Schwarzwaldwald. Es ist nicht sehr hoch. Aber du siehst, wie beeindruckend ist. Von der anderen Seite. Von dem Rheintal. Aha. Ja. Ah. Ah. Oh, wo ist er denn da? It's even besser, because früher the things wouldn't stop there, now it's a little bit higher. Ah, es ist ein bisschen windig, ah! Wie war es bei der Armee? Depending auf woher der Wind kommt, der Wind kommt aus, der Wind kommt von dort, und wenn wir nach dem Auto kommen, durch diese Seite, wir werden nicht mehr fühlen. In der Sonne wird der Wind glücklich sein, glaube ich. Ich verstehe, warum sie es bei der Wind kommt. Das ist ein Schuss, um in und aus zu gehen. Als Pedestrian, weil man keine Slauchung oder was. Und hier ist die Kabine, sie sind auf dem Seil, und wenn sie in die Seite kommen, sie sind abgekoppelt von der Seite, als sie dreivingsloher. und da ist die Zunge, so viel weiter zu kommen, das ist der Grund, wie ich sie zum Beispiel. Also gibt es, wie sie sich hier auf der Seite kommen. Und dann kommt sie mit der Wind. Wenn sie hier auf die Wind, Das ist gut. Oh, 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 Oh,